... ... ... ... Hi YouTube! Wir schauen jetzt, wieso hat ein Video über mich gemacht? Also nicht über mich, sondern über die Person, die das Video gemacht hat, was wir jetzt gucken. Das ist komplett verwirrend, ich weiß das. Aber wir tun's trotzdem. Und es geht um den Typen, der so krass... Vielleicht macht dieser christlich wahr und gesagt hat, dass Homosexualität eine Sünde ist oder sowas. War schon wild. Bestimmt ein gutes Video, ich freu mich drauf. Vielleicht macht dieser Thorik ja sonst bessere Sachen. Hüll mich. Bombastisch. Das war auch eine gute Szene. Thorik. F*** dich und f*** dein Gott. Ich glaube, Jesus, die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Hallo, liebe Freunde des Evangeliums, ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin Freunde des Evangeliums, ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht an der richtigen Adresse, aber ist okay. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, oder auch nicht, hat der liebe Rezo aka Arenso ein Video bezüglich mir gemacht, beziehungsweise der christlichen TikTok-Community, in welchem er auch meine Clips verwendet hat und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute auf sein Video... Na, aber also ich bin ehrlich, der Kontextvorwurf kommt ja oft, aber die Dinge wären in keinem Kontext gut gewesen. Also, ich möchte mal... Das ist so ein Punkt, der immer wieder gesagt wird, aber es gibt halt Dinge, Dinge, die in keinem Kontext irgendwie gut sind. Also, versuch dich noch nicht daraus zu reden. Ich sage ja schon lange, dass die Musikindustrie dämonisch ist. Hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich hier leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf... So, endlich sagt es mal jemand. ...auf den Teufel reingefallen. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, genau, du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Und ich sage es nicht ohne Grund. Gucken wir uns das Musik... Oh nein. Ich glaube, der wird es jetzt nicht besser machen. Ich will jetzt nicht gemein sein. Aber ich glaube, der wird es nicht... Der wird es jetzt nicht... ...bessern. ...Musikvideo von Lil Nas X an, was gerade rausgekommen ist. Er stellt sich an einem Kreuz da, er zippt das Abendmahl, als hätte es keine Bedeutung. Aber nicht nur Lil Nas X ist so, sondern auch Kendrick Lamar, welcher Rezo in seinem Video genannt hatte. Er selbst hat sich schon blasphemisch, selbst als Jesus dargestellt, mit Dornenkrone, um ihn, ja, zu spotten, praktisch gesehen. Das gleiche gilt auch für Taylor Swift. Taylor Swift, bei ihr war es sogar so krass, dass es gab Leute an ihrem Konzert, die haben komplett ihr Erinnerungsvermögen ans Konzert verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber... Es gibt Schlangenhintergrund, es sieht komplett okkult aus. Das gleiche gilt... Nein, das kann ich nicht ernst meinen, bitte nicht. Das ist ein Schlangenhintergrund, das sieht okkult aus, als ist das dämonisch, oder was? Das ist nicht sein Ernst. ...aber auch für Billie Eilish. Billie Eilish manifest... Oh, bei Billie Eilish auch Dämonen hoch 10. ...stiert einen unreinen Geist sogar auf Bühne. Das gleiche gilt auch für Lil... Das ist unfassbar, ne, manche Menschen? ...Uzi World, XX Tentation, Juice World, oder... Na, eindeutig Dämonen, eindeutig, er hat recht, er hat mich überzeugt. ...Scott, bei Travis Scott war es sogar so krass, dass sein ganzes Ritual abgehalten hatte, mit einem riesigen Portal im Hintergrund. Leute sind gestorben, Leute haben sich komisch gefühlt, es sind übernatürliche Dinge passiert. Es sind keine übernatürlichen Dinge passiert, das war Panik und... ...da sind viele Leute gestorben und das ist uncool, aber das... ...heißt, das war nichts Dämonisches oder Übernatürliches. Das war einigermaßen Panik. Weil viel zu viele Menschen auf einem engen Raum standen und viel zu viele Leute da reingelassen wurden. Also ich weiß nicht, ob das übernatürlich ist, wenn viel zu viele Leute auf ein Konzert gepresst werden. Es ist scheiße, aber mit Dämonisch hat das nicht viel zu tun. Dämonen. Doch warum nenne ich das Ganze ganz simpel? Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Es tut mir leid, der ist so oft stopp, aber das ist einfach so unfassbar. Okay, was, welche Musik macht mir einen unreinen Geist? Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Du kannst auch unreine Geister bekommen durch Filme. Klingt noch heftiger, ich weiß. Ja. Aber ich selbst habe vor ein paar Monaten letztes Jahr, wir haben ja schon 2024, ja... ...habe ich an einem Mädchen Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film... ...einem Disney-Film einen... Das sind die Schlimmsten! ...sie hat den Film Melissa Finn geguckt von... Guck, da sieht er schon aus wie eine Dämonin! ...und Disney, daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen. Ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Jeder, der meine Livestreams guckt, auf Tick... Ich kenne mich an diesen Geisterheiler, der von Robin, äh, also Rob Bubble, so Megahops genommen wurde. ...tuck und auf Instagram weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendeinen Spaß zu verderben. Aber ich will gottlose Musik hören. Also, wenn das alles gottlose Musik war, was er bisher aufgezählt hat. Ich mag Lil Nas X, sag ich ganz gern. Ja, doch, würde ich... ...sondern ich will dir sagen, dass, worauf du meditierst mit deinen Gedanken, das wirst du. Die Bibel sagt, so wie du glaubst, dass du in deinem Herz bist, so bist du auch. Das ist nicht ganz so. Also, es gibt Menschen, die verschätzen sich da schon extrem. Also, jetzt nicht, dass ich irgendjemanden angreifen möchte. Es gibt Menschen, die behaupten, von sich links zu sein. Die sind das definitiv nicht. Aber, ja, also, weiß ich nicht. Das heißt, wenn du selbst über dich denkst, hey, ich bin Versager, du hast die ganze Zeit eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager, ähm, du kannst nichts, dann glaubst du das irgendwann und dementsprechend handelst du auch. Na gut, bin ich aber auch, wenn wir sind wir ehrlich. Also, und Björn, also, Schwarte, vielen, vielen lieben Dank für die Witz. Vielen lieben Dank. Wenn du die ganze Zeit gottlose Musik hörst, Musik hörst, die antichristliche Sachen, satanistische Sachen verherrlicht, dann wirst du dich irgendwann dem anpassen. Ich würde da gerne noch ein paar Beispiele für hören, irgendwie. Ich fand das lustig. Wenn du mit Homosexualität strugglst und davon frei werden bist, dann bitte doch das mit mir. Warum sollte man von der Homosexualität geheilt werden wollen? Was gibt es da zu heilen? Heißt das, das Dämonische geschädigt oder so, wenn du homosexuell bist? So, ist das so nix? Vielleicht? Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob ich... Da hat er gesagt, füll mich, das war ein bisschen lustig. Weil er gegen Homosexuelle und dann... Na egal, das war ein bisschen lustig. War ein gutes Video von Riese auf jeden Fall. Die Zeit dafür hat sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Als nächstes will ich darauf eingewiesen... Das ist halt wirklich so, ja. Ja, Homosexualität ist nicht normal und... Okay, Alter. Du bist ein Arschloch. Also, sorry, aber... Jetzt ist es... Ich will jetzt nicht gemein sein, aber... Das ist schon... Für viele Menschen ist das tatsächlich was Normales. Du kannst davon frei werden. Ich weiß, wenn ich das in der heutigen Gesellschaft sage, kriege ich viel Hate, aber nicht... Zu Recht. Weil du intolerantes Arschloch bist. Jeder, der homosexuell ist, möchte auch homosexuell sein. Ja, weil es Menschen wie du gibt, also wie dich gibt, die halt Menschen diskriminieren. Und glaub mir, in dieser Welt ist es gar nicht so cool, homosexuell zu sein, weil du diskriminiert wirst. Das heißt, es hat aber nichts mit Fehler von Homosexualität zu tun, sondern von Menschen, die das nicht akzeptieren. Das ist das Problem. Und man kann Homosexualität nicht heilen, weil es keine Krankheit ist oder irgendwas ist, sondern es ist einfach... Entweder ist man homosexuell oder man ist es nicht. So schreiben mir ganz viele Leute auf Instagram, dass sie frei werden wollen davon. Und sie sollten auch dieses Recht haben. Homosexualität... Das funktioniert nicht. Konversionstherapie ist zu Recht verboten. Weil es Leid in den Menschen auslöst. Und Bibel ist nicht normal. Römer 1, 26 bis 27... Ah, stimmt, weil es in einem alten Buch steht, dann muss es wahr sein. Okay, sorry, ich hab nichts gesagt. Okay, okay, sorry, nee, dann... Dann ist okay. Ich hab das... Okay, dann... Ich hab das erst nicht richtig verstanden, aber... Aber es stand irgendwo... Mal ein Satz, der das untermauern sei. Und 1. Korinther 6, 9 bis 10, so wie Leviticus aus Alten Testament, einigen sich alle darauf, dass der homosexuelle Lifestyle nicht in den Himmel führt. Das haben die auch so geschrieben. Früher in der Bibel so. Ja, der homosexuelle Lifestyle, ey. Der ist es nicht. Da kannst du nicht einfach mal so auf Lock... Bisschen... Bisschen... Fresh... Am homosexuell-Bien sein. Mit deinem krassen Lifestyle. Das war ein Quatsch, ey. Nur weil das irgendjemand früher aufgeschrieben hat, vor Ewigkeiten, heißt das nicht, dass das wahr ist, dass Homosexualität nicht in Ordnung ist. By the way, erstens kann man die Bibel echt auf sehr, sehr viele Art und Weisen auslegen und viele Sachen, die da gesagt wurden. Und zweitens ist das ja auch in der Religion auch nur, also auch die Interpretation von irgendwelchen Leuten, die das geschrieben haben, vom Wort Gottes, sondern nicht Wort Gottes direkt. Also auch das ist eigentlich... Wird man eigentlich wissen. Wie der natürlich ist und ein Gräuel in Gottes Augen ist, um es ganz klar zu formulieren. Das ist das mit Leviticus dann sehr unwahrscheinlich. Das war bei dem antiken Römer nämlich eine Beziehung zwischen Jungen und Jungen und älteren Mann. Ja, das kommt auch noch dazu. Sage ich auch nicht, um hasserfüllt rüber zu kommen, sondern ich sage das, weil ich diese Menschen im Himmel wiedersehen möchte. Aber nur wenn sie hetero sind. Das ist halt der Punkt, ne? Ich möchte ja die Menschen, ich möchte ja euch helfen. Ich möchte euch ja im Himmel sehen. Also euch heten. Sondern alle anderen nicht. Aber... Das ist mein Herz dahinter. Ich will nicht in seinen Himmel. Ich will auch nicht in seinen Himmel. Ich will seinen Himmel nicht sehen. Das sind ja nur Heten. Wahrscheinlich auch nur Cis-Heten. Das ist ja grauenvoll. Und Dorian von der Fallen. Ich habe vor paar Wochen für einen jungen Mann gebetet, der frei wurde von Homosexualität. Kleine Spoiler, so funktioniert das nicht. Er hat einen unreinen Geist manifestiert. Er hat angefangen zu zittern. Wow, etc. Und wurde frei im Namen von Jesus. Ich weiß, das klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Vor kurzem hat mir auch... Es ist nicht... Was der labert? Was sind denn das für Menschen? Auch jemand auf Instagram geschrieben, der transgender... Oh nein. Oh, jetzt habe ich Angst, was jetzt kommt. Und zweitens, warum ist der bei meiner Oma eingebrochen? Ich weiß nicht. Ich will mich jetzt nicht über den lustig machen. Aber warum ist der bei meiner Oma eingebrochen? Was ist denn da? Was ist denn da? Und sind da ein Video gedreht? Das ist ja unfassbar. Egal. Also... Schauen wir uns jetzt nochmal. Ich will nicht wissen, was er zur Trans-Thematik sagt. ...sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Vor kurzem hat mir auch jemand auf Instagram geschrieben, der transgender ist. Und der weiß, dass es nicht richtig ist. Okay, die Erklärung hätte ich jetzt gerne. Warum ist es nicht richtig, trans zu sein? Und ich kann nichts dafür. Also, möchte ich nur noch dazu sagen. Also, es ist schon ziemlich eklig, was du hier gerade machst. Du bist einfach nur intolerant. Gegenüber so vielen Menschen. Und stellst es irgendwie als Heilung dar oder toll für die Leute, wenn sie es nicht sind. Nein. Cis-Hetero sein ist nicht das einzig Wahre auf dieser Welt. Auch wenn du das gerne so hättest. Aber irgendwas in ihm sagt ihm, dass er im falschen Körper ist. Wenn eine Stimme da ist, ist eine... ...person da. Wenn etwas in dir sagt, dass du im falschen Körper bist, dann guess what? Du brauchst Befreiung. Und das... So funktioniert das alles nicht. Das ist, glaube ich, medizinisch auch komplett nicht tragbar, was er da gerade sagt. Also, ich weiß nicht. Aber ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Wie gut ist es halt, was man daraus macht. Es gibt genügend gute LGBTQI plus-freundliche Auslegungen der Bibel und Predigen dazu. Aber solche Affen machen es in modernen Christen nun mal nicht leichter. Es gibt halt auch so Menschen, ne? Ach echt? Ja, ich weiß auch nicht. Wo Globuli Placement, das wäre doch mal was. Das ist nicht der aktuelle Stand der Medizin. Deswegen sage ich es. Weil es viele Leute jetzt nicht wussten. Aber... Aber ich möchte wissen, wie kann ich mich denn jetzt heilen? Moment, Leute. Hört doch mal zu. Ich sage, ist das Medizinisch nicht tragbar? Nein, tatsächlich nicht. Wenn dir sagt, dass du im falschen Körper bist, dann guess what? Du brauchst Befreiung. Okay. Und das sage ich nicht aus einem hasserfüllten Herz. Nee, sondern auf einem intoleranten Arschlochherz. Aber es ist okay. Sag dir, Jesus liebt dich und er will dir ein neues Herz mit neuem Vater. Nee, Jesus liebt mich, aber nur wenn ich zes hetero bin, habe ich das Gefühl, oder? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man so Geschichten und Storys so von Jesus liest und hört, ich glaube, der war da ein bisschen toleranter und cooler. Also, lass mich da jetzt nicht. Aber ich hatte ja auch Religionsunterrichtung, so ein Kram, ne? Und habe Teile der Bibel gelesen. Und alles, was ich von Jesus so mitbekommen habe, war eigentlich ein ziemlich cooler Dude. Also, ich glaube, der war ein ziemlich, ja, der hat viele Leute inkludiert. Hat nicht gesagt, oh nee, du gehörst ihn nicht hin und du gehörst ihn nicht rein. Sondern war ein ziemlich antikapitalistischer Dude. Also, ich glaube, der wäre da ziemlich fein mit gewesen. Ich glaube, Jesus wäre so, okay, du bist trans, vollkommen fein, komm her. Also, ich glaube nicht, dass Jesus nur zes hetero Menschen liebt. Okay, das gesagt, möchte ich noch hinzufügen, dass, guck mal, Homosexualität ist nicht so, dass die Sünde hier ganz oben ist und die anderen Sünden sind hier. Nein, es ist so, dass Lügen, egal ob es Lügen ist, egal ob es Stehlen ist, egal ob es Homosexualität ist, Pädophilie ist, Sophilia ist, Sexhaushalt der Ehe, Sünde ist Sünde. Ja, alles gleich schlimm auch, einfach alles im gleichen Topf werfen. Das ist, ich meine, ob man jetzt, ob man jetzt einvernehmlich Sex miteinander hat oder unvernehmlich mit einem anderen Lebewesen, ist das natürlich, ist eigentlich dasselbe auch. Also, es ist Sünde, Sünde, it's the same. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Eine Sünde, damit brichst du das Gesetz gegenüber Gott und eine Sünde ist, schick dich auf den Weg in die Hölle. Oh mein Gott, was ist mit ihm? Alter Vater. Also, ich glaube, dann war ich schon, ich habe schon sehr viele Sachen gegen Gott gemacht, wenn das so ist, wie er das sagt. Die gute Nachricht ist diese, dass Gott liebt dich so sehr, dass er vor 2000 Jahren ein Mensch wurde, in Form von Jesus Christus. Und dann gesagt hat, du darfst nicht trans sein. Das stimmt. Gott liebt mich so sehr, dass er einfach auf die Erde kam und gesagt hat, ey, warum bist denn du trans und warum bist denn du homosexuell? Homosexuell. Wo sind wir denn hier? Ich glaube auch nicht, dass ihn das wirklich interessieren würde. Also, ich glaube, es gibt da andere Dinge. Oh Gott, liebt mich so sehr, dass er mich in die Hölle schickt. Ja, das klingt doch super. Ah, ich warte immer noch auf den Punkt, den Ries aus dem Kontext gezogen hat. Ich warte auch noch drauf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ries da nicht wirklich viel aus dem Kontext... Also, wenn das der Kontext ist, ist es noch so viel schlimmer, als das das Ries so gesagt hat. Ich kann kurz darüber reden, dass er wohl die Pflanzenabhängigkeit vom Marken überfallen hat. Ja auch, ne? Er sieht wirklich eins zu eins aus wie bei meiner Oma. Perfektes Leben geführt, ohne zu lügen, ohne zu stehlen, ohne zu sündigen und ist dann für deine Schuld... Aber wenn Sündigen so schlimm ist und trans sein und homosexuellen Sex zu haben und so, warum macht das dann so viel Spaß? Also, können wir ganz kurz darüber reden, warum? Also, ich verstehe nicht. Wenn das jetzt alles so schlecht sein soll, warum ist das dann so schön? Ich verstehe den Punkt nicht. ... ans Kreuz gegangen. Er wurde begraben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Genau, und jetzt regt er sich darüber auf, dass Menschen homosexuell sind. Ist wichtig einfach. Sodass, wenn du umkehrst und an ihn glaubst, ein neues Herz mit neuen Verlangen kriegen kannst, Beziehung haben kannst mit Gott und nicht auf dem Weg in die Hölle bist. Denn wir alle werden eines Tages... Also, wenn in der Hölle diese ganzen queeren Menschen sind, möchte ich bitte in die Hölle. Ich möchte dann... Ich meine, das Ehe wärmer. Und dann sind da alle meine Freundinnen. Ist okay für mich tatsächlich. Ich glaube, damit könnte ich leben. Ich glaube, ich möchte lieber zu meinen Freundinnen als zu ihm. Ich dachte, Jesus wäre Gottes Sohn. Jetzt ist er ein eigener Sohn. Jetzt heißt er sich selbst gezeugt. Welches Geschlecht hat er Gott? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich komme nicht ganz hinterher. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Als Sünde gehe ich so gut. Ich kann damit er nicht umsonst gestorben ist. Auch das ist natürlich ein Grund. Gott keinen Fehler macht, aber Schwule nicht richtig sind. Wieso können Menschen dann durch die Prostata stimuliert werden? Ich verstehe es auch nicht. Also, ich verstehe auch nicht, warum Gott irgendwie alle liebt und keine Fehler macht. Und jetzt sollen auf einmal Homosexuelle und Transmenschen Fehler sein. Ich bin irgendwie... Ich komme nicht ganz hinterher. Irgendwie... Ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Aber seine Argumentation beißt sich irgendwie. Vor Gott stehen. Und Gott wird uns richten. Anhand unserer Taten. Niemand von uns kann bestehen. Ich kann... Ja. Niemand. Und ich würde viel lieber... Dass er... Keine Ahnung. Dass er denkt, dass irgendwie so ein... Weißt du... Selbst wenn es so eine höhere Macht gibt. Okay, ne? Von mir aus. Aber als ob der dann sagt, Ne. Weil du homosexuell bist, kommst du jetzt nicht hier rein. Und dann auf eine Stufe stellt mit Mord und keine Ahnung was. So, come on. Und du hast versucht, dir best... Ein guter Mensch zu sein. Hast Menschen geholfen. Aber oh, ich sehe, du bist homosexuell. Ah, ne. Ach, ne. Sorry. Das kann ich aber jetzt nicht. Natürlich, der hat ein Gay da. Ja, richtig? Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig. Stehlen ist nicht richtig. Homosexualität ist nicht richtig. Pädophilie ist nicht richtig. Und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Und das ist halt auch so ein Ding. Als ob du das auf eine Stufe stellst mit Juden töten. Das ist so unfassbar. Wie kann man denn homosexuell sein auf eine Stufe stellen mit Juden töten? Ah, der macht es irgendwie nicht besser mit seinem irgendwie... mit seinem ganzen Kram. Digga, wie ist das eskaliert? Also, wa... Wie, Digga? Wie das Ganze eskaliert ist, ist relativ simpel. Du hast mein Clip aus dem Kontext genommen. Mein Clip... Ja, aber dem, was du so derzeit so gesagt hast, die ganze Zeit... kam mir das nicht so... als wäre das groß aus dem Kontext geschnitten. ...wann nämlich dieser. Der Punkt, den ich versucht habe zu machen, war dieser. Das Gefühle sind nicht vertrauenswürdig als Standard für Wahrheit. Wir alle hatten schon mal einen Crush in unserem Leben und spätestens, wenn du einen Crush hattest, weißt... Wir alle hatten auch schon mal irgendwie den Bock, Juden zu töten. Aber was ist da jetzt der Punkt? Ich bin komplett verwirrt. Dass Gefühle nicht vertrauenswürdig sind als Platz für Wahrheit. Deine Gefühle können sich täuschen. Manchmal fühlen sich Menschen danach, Menschen zu ermorden. Manchmal fühlen sich Menschen danach, mit Kindern zu schlafen. Ja, das ist messed up. Aber du kannst das doch nicht mit Homosexualität gleichsetzen. Menschen sind nun mal homosexuell. Und wo ist da was Schlimmes dran? Oh mein Gott. Dein Kontext macht das schlimmer. Aber Menschen haben Gefühle und nicht alle Gefühle sind vertrauenswürdig. Das heißt, was kann ich vertrauen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Kann ich dem Staat vertrauen? Ich meine, der Staat hat im Zweiten Weltkrieg legalisiert. Also im Kontext ist alles viel besser. Das ist viel besser im Kontext. Jetzt, wo er seinen Kontext gepackt hat, verstehe ich ihn wieder. So, was erwartet er durch seinen Kontext? Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ah. Juden zu töten. War das richtig? Nein. Warum war das nicht richtig? Ich meine, es war ja legal damals. Das sind alles richtig. Ja, und früher war auch Homosexualität verboten. War das deswegen jetzt problematisch? Ich verstehe es jetzt nicht. Wie kannst du denn den Krieg mit zwei Menschen schlafen einvernehmlich miteinander gleichsetzen? ...wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Und meine Antwort auf das Ganze ist, dein Standard für Wahrheit sollte nicht deine Gefühle sein. Dein Standard für Wahrheit sollte nicht der Staat sein, weil dieser kann sich auch täuschen. Sondern zwei Stellen aus einem alten Buch, die irgendwelche alten Menschen da reingeschrieben haben. Nee, das stimmt. Definitiv. Das ist schon besser. Standard für Wahrheit sollte das Wort Gottes sein, was unfehlbar ist, was immer gleich bleibt. Ja, aber das ist ja in der Bibel nicht direkt das Wort Gottes, sondern nur Interpretation von Menschen von dem Wort Gottes. Also da jetzt genau auf Textzeilen einzugehen, ist auch nicht so smart. Er ist auch ein gerechter Gott. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. So eine Stufe mit Hitler und Stalin einfach. Einfach eine Stufe. Wenn du homosexuell bist einfach. Komplett eine Stufe mit denen. Das ist ganz klar, Leute. Oh, Digga, ich habe gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Das ist auch eindeutig. Das ist auch eindeutig, Rieser. Oh. Man muss immer auch nochmal bedenken, der Typ kommt ja nicht von alleine auf so Sachen. Ja, das ist das Problem. Der hat das ja von irgendjemand angetragen bekommen. Das heißt, da sitzt noch jemand dahinter. Da sitzen mehrere dahinter. Das ist ja nicht nur alleine mit der Meinung, leider. Aber er sagt, das ist auf den Kontext geschnitten und dann wird sein kompletter Kontext. Das ist immer viel schlimmer. Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Abgesehen davon, dass diese Aussage aus dem Kontext ist, ist es so... Das sagst du zu allen Sachen und bisher hat es nie gestimmt. Es hat noch nie gestimmt, dass das aus dem Kontext gerissen war. Das sagt jetzt so jede Aussage. Und dann bringt er den Kontext und es wird viel schlimmer. Was ist denn das für ein Video? Was bin ich sehend? Du und ich, wir beide werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird gucken, ob du eine gute oder eine schlechte Person bist. Ja, und du diskriminierst Menschen einfach für das, wer sie sind und ich versuche hier für die Akzeptanz von Menschen zu kämpfen. Also, und bin trans. Wer wird er? Also, wirklich eine ehrliche Frage. Was wird da eher hochgewichtet? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es einfach mal sehen, glaube ich, am Ende des Tages. Ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Das Problem dabei ist, dass keiner von uns ist gut. Hast du schon mal gelogen? Bestimmt. Wie nennst du jemanden, der lügt? Einen Lügner. Hast du schon mal gestohlen? Auch wenn es nur... Ich hoffe, jemand wirklich Gutes steht dann in dem Szenario neben und der wird dann einfach abgelehnt. Ja. Und der dann so so, ja, aber der ist doch homosexuell. Ja, aber... Er war halt ein guter Mensch. Und nun? Aber in der Bibel steht... Ach, das alte Stück. Das habe ich so nie gesagt. Das hat man irgendwie mal so aufgeschrieben. Wenn ja, wie nennst du jemanden? Der stiehlt einen Dieb. Ein Dieb und ein Lügner sind keine gute Person. Mein Punkt... Und homosexuell leben auch nicht. Und trans Menschen halt auch nicht. Easy peasy. ...Video war nicht, dass... Oh, du bist Stalin, du bist Hitler. Mein Punkt war, du und ich, wir sind schuldig. Sie waren schuldig. Und wir alle brauchen einen Retter. Und sein Name ist Jesus Christus. Aber der ist doch schon für unsere Sünden gestorben. Was soll der denn jetzt noch machen? Weißt du, alles auf den ablasten ist ja auch ein bisschen gemein, finde ich jetzt. Der hat schon so viel gemacht. Also wirklich viel. Und dann sagst du noch, so ja... Ja. Bitte dich. Füll mich. Bombastischer. Füll mich. Füll mich. Come on, der kann doch jetzt nicht sagen. Also, egal. Also, für jemanden, der sich gerade von... Gay-Shit freimachen will, ist das... Maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Der Clip mit Füll mich ist so aus dem Kontext gezogen. Es ist he... Ich weiß nicht. Nein, es ist nicht... Es geht... Nein. Ah... Keiner von uns ist gut. Ja, dann können wir wohl an in die Hölle... Ja, dann ist doch auch egal, oder? Dann kann ich auch trans sein. Weiß ich nicht. Verstehe den Punkt jetzt nicht. Wenn er auch schuldig ist... Und dann auch in der Hölle... Und dann... Der als Cis... Du, dann kann er ja auch trans sein... Und in die Hölle kommen. Ich weiß jetzt nicht... Warum er jetzt so gehetzt wird. Die Leiden-Nessi-Serie. Leid wirklich. Füll mich nicht beim All-You-Can-Eat. All-You-Can-Eat nenne ich das auch, ja. Du, ja... Die Leiden-Nessi-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie. So sieht es nämlich aus. Ah! Heftig! 20 22 habe ich ge-livestreamt auf TikTok. Ich habe das Evangelium deklariert. Die gute Nachricht, nicht die schlechte... Ich finde, es kann die irgendwie schlimmer als queer sein. iar, das ist doch... Verstehe ich nicht. ...echte Nachricht. Und Leute wurden gefüllt mit der Kraft von Gottes. Leute wurden geheilt. Leute haben Feuer durch ihren Körper gefühlt, haben Elektrizität durch ihren Körper gefühlt. Das ging nicht gesund. 2023 habe ich auch gelivestreamt und Leute haben angefangen, dass die Augen nach hinten gerollt sind. Dämonen wurden aus Leuten ausgetrieben, Depression ist gegangen. Ja, Depression einfach weg. Weil du gesagt hast, füll mich. Kann bestimmt helfen, so ist es nicht. Aber im Grunde, so funktionieren Depressionen tatsächlich auch nicht. Also es ist nicht so, dass das, dass man da auch keinen Bock mehr auf das Gelab. Es ist einfach gegangen, so, okay, weißt du, fährst nicht mehr raus. Ich glaube auch, dass es medizinisch nicht direkt haltbar, sagen wir es einfach mal so. Panik ist gegangen in Jesus' Namen, Exxiety ist gegangen in Jesus' Namen, Leute wurden geheilt in Jesus' Namen. Ich fühle mich und lasse meine Augen nach hinten, Rönting, nicht sehr christlich. Nee, aber ich kenne das trotzdem aus. Ich weiß nicht mehr, woher. Jesus' mächtigen Namen und so will ich dir auch heute auch sagen, wenn du dieses Video guckst, dass ich rede nicht von einer Religion, ich rede nicht von irgendeiner speziellen Kirche, ich rede vom lebendigen Gott und sein Name ist Jesus Christus und er will dir begegnen, er will dich füllen mit seiner Kraft, er will dich füllen mit seinem Heiligen Geist, er will die Depression... Aber Jesus, Daddy, ich weiß nicht, es tut mir leid. Ich muss aufhören damit, es ist nicht okay, was ich hier gerade tue. Puh, ich weiß auch nicht. Ich finde ich, wo dieses Gefühl wird, oh, hm, also... Äh, sind sämtliche Dämonen, den eingefahren ist, kann man dieses Verben einfach nicht... Ich bin auch, ich weiß auch nicht, woher das kommt. ...nehm, er will die Exide nehmen, er will die Homosexualität nehmen... Warum will denn der die Homosexualität nehmen? Ich glaube nicht, dass der das möchte. Es ist irgendwie das Wort noch nie ein Grund erwähnt, warum das schlecht ist. Warum ist denn Homosexuell sein jetzt schlimm? Warum ist Trans sein schlimm? Warum ist das eine Sünde? Lass die Menschen doch sein. Die tun doch niemandem weh. In Jesus mächtigem Namen. Das gesagt, bedeutet das, dass Jesus diese Menschen nicht liebt? Nein, das heißt es nicht. Wenn du Part von der LGBT-Community bist, will ich dir heute sagen... Ja, bin ich. Ja. Von Angesicht zu Angesicht, beziehungsweise Bildschirm, ne? Ja, ja, okay, stimmt. Würde ich dir sagen, dass Jesus liebt dich, Gott liebt dich, er will dir ein neues Herz geben mit neuen Verlangen... Aber wenn er mich doch so liebt, wie ich bin, warum will er mir dann ein neues Herz geben? Kann es sein, dass du ein bisschen flunkst? Kann es sein, dass Jesus mich doch nicht so liebt, wie ich bin? Also ich würde schon sagen, dass Jesus... Also ich glaube, Jesus mit Jesus käme ich klar, so. Ich glaube, das ist ein cooler Dude. Außer er ist so, wie er sagt. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich brauche noch kein neues Herz. Organspende finde ich eine wichtige Sache, aber ich verstehe irgendwie den Punkt auch nicht. Er ist irgendwie auch ein bisschen dran vorbei. Ich glaube, wir sind noch nicht auf einer Ebene da. Alle müssen umkämpfen von unserer Schuld und auf Jesus Christus vertrauen als Herrn und Retter und durch die Kraft des Heiligen Geistes transformiert werden. Du hast recht. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Probleme, da Vertrauen zu knüpfen. Also einerseits kenne ich den halt nicht gut. So. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen annähern könnten und so ein bisschen mal quatschen könnten, würde ich ihm vielleicht eher vertrauen als meiner Löse, aber ich kenne ihn einfach nicht. Und mir fällt es so schon schwer, Menschen zu vertrauen. Na gut, ich kann es versuchen. Echt? Du kannst dich selbst nicht. Aber dann vertraue ich ihm auch, dass er das hinbekommt, wenn ich trans bin. Also wenn ich ihm schon wirklich vertrauen soll, dann vertraue ich ihm, dass er mich auch in den Himmel kriegt, auch wenn ich trans bin. Ich glaube, Christi, ich versinke gerade den Boden von dem Fremdsteinmüll, den er da von sich gibt. Jemand macht mich wirklich sauer. Verstehe ich. Verstehe ich sehr. Aber willkommen hier. Schön, dass du da bist. Jesus kam doch aus seiner queeren Familie. Ein Vater, eine Mutter und noch ein Wesen, ein Nonnenwesen als Eltern. Eigentlich verstehe ich es nicht. Also wie gesagt, wenn Jesus, ich glaube, zur heutigen Zeit, das wäre ein baster Typ. Ich glaube nicht, dass der so wäre, wie der sagt. Also müssen alle Transformers werden. Ich glaube, auch sowas habe ich daraus gehört, ja. Oh Gott, tilt it. Wenn dann. Das stimmt. Aber Jesus kann dir ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Das sind gängige Dinge, die Dämonen. Ich mag mein Herz. Die Türen öffnen. Das ist ein schwerer Pass. Ich habe mir extra jetzt die Klamotten geholt. Ich habe mir Yoga-Matte geholt und wollte jetzt eigentlich mit Yoga anfangen. Aber wenn das jetzt... Ach, das ist dämonisch. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Ich dachte, es wäre auch noch gut, ganz kurz hier drauf einzugehen, dass ja, du kannst unreine Geister bekommen durch Yoga. Thorik. Und durch Horoskope und sogar durch Sex before marriage. Thorik. Was ist, wenn du nicht heiratest? Dann ist es ja nie Sex before der Ehe. Oder sehe ich das falsch? Weil es ja keine Ehe gibt. Ich glaube, ich habe ein Schlupfloch gefunden. Warum? Ganz simpel. Yoga bedeutet verbinden. Du verbindest dich durch diese Posen, welche an Gottheiten gerichtet sind. Aus dieser... Also meine Yoga-Sachen sind... Na egal. Vor der Esnachde oder sowas. So sieht es aus. Speziell in Religions- oder religiösen Richtung. Genau, über die geistliche Welt, wodurch du auch unreine Geister bekommen kannst. Es gibt sogar etwas, das nennt sich Kundalini Awakening, was in Verbindung mit Yoga gebracht wird. Ich kann kurz einblenden, wie das aussieht. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Das ist... Ich glaube, da wirst du ziemlich abgezockt. Aber ich glaube nicht, dass dein Geister durch unrein wird. Also ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Ich glaube, nur dein Gegenüber, was du dafür bezahlt bekommst, bekommst Arsch wie Geld. Und du hast halt nichts davon. Aber unrein wird da nichts. Das Gleiche gilt auch für Horoskope. Horoskope ist ein Weg, um in die geistliche Welt zu kommen, der illegal ist. Warum ist er illegal? Das ist leider nicht illegal, das ist tatsächlich erlaubt. Aber ist auch da Menschen, die euch arsch viel Geld aus der Tasche ziehen? Ganz simpel, es gibt zwei Wege, wie du in die geistliche Welt kommen kannst. Einen legalen Weg, einen illegalen Weg. Der illegale Weg ist durch Zauberei, durch... Ja, aber wenn ich den illegalen Weg haben kann und dabei trans sein kann, warum soll ich dann nicht den wählen? ...Kult, etc. Der legale Weg ist durch den Heiligen Geist. Den Geist Gottes, den du bekommst, wenn du umkehrst voneinander schuld und auf Jesus vertraust, ist dein Herrn Retter. Als allerletztes nur einfach noch kurz Sex before marriage angeschnitten gehabt hier. Wenn du Sex before marriage hast oder Sex vor der Ehe hast, dann ist es so, dass du eins wirst mit dieser Person. Das ist auch, was die Bibel sagt. Das ist nicht nur ein physischer Akt, sondern du wirst tatsächlich eins mit der Person, auch seelisch, auch geistlich. Ich würde nicht sagen, dass ich mit dem CDUler da geistlich auf einer Ebene war. Also, ich möchte da mal ganz kurz sagen, nee, wir waren uns da selig und geistig danach nicht wirklich einig. Würde ich so jetzt nicht mitgehen. Deswegen tut es auch immer so ultra weh, dass wenn man mit jemandem geschlafen hat und dann auseinander geht, ähm, emotional, weil dort mehr passiert als nur ein physikalischer Akt. Nee, da ist nicht mehr passiert als der physikalische Akt. Danach war, das war nach ziemlich gebrochen. Also, das war wirklich nicht mehr als das. Können wir glauben. Oh mein Gott, das ist ja mega täter Opferumkehr. Was ist bei ihm? Habe ich das Gefühl, dass er bisher noch keinen Sex hat. Ich weiß auch nicht. Puh. Wie gesagt, ein Video war, den christlichen Fundament unter 1000 Folgen gemacht. Ich weiß nicht, wie viele auf, das war auf TikTok. Ich glaube, TikTok ist er einen Ticken größer. Und es ging nicht nur um ihn, sondern es ging um mehrere christliche InfluencerInnen. Der sich dazu angezogen führt, zu genau diesem Geist. Deswegen ist es von einer Beziehung in die nächste. Ja, Mädel, selbst schuld, wenn du aus Versehen Gewalt hätte heiratest, war halt nicht rein genug. Ja, na, warst du halt selbst nicht rein genug. So, logisch. Immer eigentlich der gleiche Typ, obwohl es nicht der gleiche Typ ist, weil es der Geist in der Person ist. So habe ich herausgefunden, seitdem ich viel Befreiungsdienst mache an Menschen, dass viele Sachen, die wir als Charaktereigenschaften beschreiben, keine Charaktereigenschaften sind, sondern unreine Geister. So, ihr habt eigentlich keinen Charakter. Ihr seid eigentlich nur unreine Geister. Komm, gibts doch zu. Tilted mag eigentlich gar keinen Lakritz. Das ist nicht sein Charakterzug, sondern das ist ein unreiner Geister. Das ist wirklich, glaube ich, ein unreiner Geister, also wer Lakritz mag. Ich glaube, da würde ich dann mitgehen. Aber dennoch auch bei anderen, die da jetzt Sachen äußern. Es gibt einfach gerne den Erklärbären und hat zufällig den Christendon dafür ausgesucht. Ganz, ganz zufällig. Du kannst davon frei werden, in Jesus' Namen. Rezo, das hier geht an dich. Du hast ja gesagt, dass deine Eltern Pfarrer waren, richtig? Ihr wisst so, meine Eltern Pfarrer, Opa Pfarrer waren, ich glaube, die sind, oder? Mehrere Tannen und Onkel Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Ich glaube, dass du in Religion groß geworden bist. Ich glaube, du hast nie eine Erfahrung gehabt mit der Kraft des Heiligen Geistes, welche auch dich liebt. Rezo, Jesus liebt dich. Ich liebe dich. Ich glaube, Rezo liebt dich nicht. Harte, du liebst Rezo? Ich dachte, das ist... Hat er nicht gesagt, das ist verboten? Ich komme nicht mehr mit. Ist Homosexualität jetzt erlaubt oder nicht? Ich bin komplett verwirrt. Dieses Video ist nicht aus Hass. Ich will dir sagen, dass Gott liebt sich. Er will Beziehung mit dir, aber du musst... Aber wenn Gott... Und Jesus ihn liebt. Wenn Jesus ihn liebt, ist das nicht auch? Ich komme nicht drauf. Aber irgendwas ist... Da gibt es doch ein Wort für. ...dafür von deinen Sünden umkehren und auf Jesus vertrauen als dein Herrn und Retter. Und genau weil du auch in Religion groß geworden bist, hast du zum Teil den Christen umfassiert. Scheiße, er hat vergessen, eine Homo zu sagen, verdammt. Ja, dann hat er es nicht. Dann kommt er dann nicht mehr weg. ...falsch dargestellt. Es ist eine Liebesbeziehung, wie ich bereits gesagt habe, mit Jesus Christus. Der dir ein neues Herz mit einem neuen Verlangen geben wird. Einen besseren Weg, weil unser Weg funktioniert nicht. Es ist Yahweh. It's not my way. It is Yahweh. It's not my way. Now the end is near. Ich weiß was anderes. ...ein Weg. Halleluja. Und ich fordere dich auf, vertraue auf Jesus als deinen Herrn und Retter. Er wird kommen mit einem Feuer, mit einer Kraft, mit einer Liebe, mit seinem Heiligen Geist, wie du das noch nie erfahren hast. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht, um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopath... Schrecht mal, was der Karaoke listet... Nein, das ist ein schönes Lied. ...Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Der Christentum wäre kein Psychopathenverein. Im Gegenteil. Es wäre so heftig, wenn jeder das leben würde. Es wäre so heftig, wenn jeder Hetero und Cis wäre. Oh, wäre das heftig. Das haben wir übrigens schon mal versucht, so in einer gewissen Zeit. Ähm. Da ist ja noch ein Video, was wir heute eventuell gucken wollten, ne? Aber ich weiß es nicht. Egal. Machen wir mal weiter. Ich wollte da jetzt nicht. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tu gutes Ding. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber nicht, wenn er schwul ist. Also dann, irgendwo ist da nochmal die Grenze. Wenn er schwul ist, ist er wie Hitler. Das habe ich heute gelernt, oder? Das war doch das Learning von dem heutigen Video. Oder Stalin. Okay, gut. Ja, schu. Wenn der Geist des Herrn nicht da ist. Wenn die Bibel sagt, dass die gesamten Gebote werden zusammengefasst in diesen zwei Sachen. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist. Und liebe... Ja, also das ist das, was ich gelernt habe. Also wer schwul ist und wer trans ist, ist wie Hitler und Stalin. Und er soll bitte die Zimmereinrichtung meiner Oma zurückgeben. Das sind so die zwei Dinge, die ich heute gelernt habe. Deinen Nächsten wie du selbst. Aber ansonsten... Und das ist auch das Ziel des Christentums. Beziehung mit Gott. Und dass du deinen Nächsten liebst, wie dich selbst. Und so will ich dir sagen, dass wenn... Ach, das ist schuld. Du struggelst mit Depressionen oder mit Anxiety. Dann habt ihr einfach einen kaputten Geist. Selbst schuld. Mit Panik, mit Selbstverletzung, mit Homosexualität. Egal was es ist. Jesus kann dich freisetzen. Gott kann dich füllen mit seinem Geist. Gott kann dir... Kann kommen mit seiner Liebe, die du noch nie gefüllt hast. Wenn... Kinky. Du dein Leben Jesus geben willst, der dieses Video schaut. Weil ich will auch dir die Option geben, das zu erfahren. Macht er bei Bienen einen Kompromiss? Gute Frage. Dann bete das hier mit mir, okay? Schließ deine Augen. Schließ einfach kurz deine Augen. Und bete das hier mit mir. Jesus, ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Dass du Herr und Retter bist. Dass du der... Ach so, muss ich jetzt mitreden? Ist das ein Ding? Ich kann den Text nicht. Kann man den Wein blenden? Ist aber egal. Macht er gut. Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für meine... Nein, Nessi, ich frage hier nur. Ich will hier auch richtig mitmachen. Ich will auch lernen, wie ich von meinen Sünden des Transseins frei werden kann. Wenn du ans Kreuz gegangen bist. Aber ist Pansein jetzt problematisch? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Du musst es hinter dir offensichtlich selbst ablesen. Ich glaube auch, der glaubt das nicht so richtig. Also irgendwie, ich glaube auch, der fühlt das nicht ganz. Also wenn ich es ablesen muss... Ich zweifle einfach an der Glaubwürdigkeit, okay? Wenn ich mit homosexuellen Tätig struggle mit bisexuellen Männern ist. Ja, das ist verständlich. Ich bin gerne schwul. Ich bin auch irgendwie gerne trans. Ich werde nicht gerne diskriminiert. Aber das Transsein ist immer kein Problem. Begraben wurdest und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Ja. Und so danke ich dir... Danke. ...dass meine Sünden weggewaschen sind. Ja, guck mal, wenn sie doch weggewaschen sind, ist doch alles fein. Ich verstehe es nicht mehr. Das Konzept... Also irgendwie widerspricht er sich mehrmals in diesem Video und ich bin verwirrt. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und deine Vergebung brauche. Und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, füll mich. Füll mich. Das ist doch nicht... Das ist... Doch ist es nicht aus dem Kontext geschnitten. Es ist schon... Es ist schon eins zu eins das, was Rezo gesagt hat. Offenbare mir die Liebe des Vaters. Holy Daddy, fill me up, baby. Shit ist auch sehr wild heute. Wie sehr mich Gott liebt und berühr mein Herz. Jetzt. In Jesus' Mächte genommen. Und einige von euch, ihr fangt gerade an zu weinen, wenn ihr dieses Gebet betet. Und ich will auch noch für euch beten. Nein, nein. Also ich weine gerade nicht. Vielleicht von nachher irgendwie so ein bisschen. Aber das ist nicht schuld. Also doch, es ist schon ein bisschen schuld des Gebets, weil das Film mich dann doch ein bisschen lustig war. Bin ich ehrlich. Ist schon mir leid. Maybe just me. Aber gerührt bin ich nicht. Aber ich bin gespannt. Er betet für uns. Er betet für uns, Chat. Ich danke dir für jeden, der dieses Video sieht. Gerne. So fängt ein Gebet an? Irgendwie sehe ich das nicht. Also, ich glaube, YouTube stand nicht in der Bibel. Und ich bete, Heiliger Geist, füll sie. Berühre ihr Herzvater. Heil ihr Herzvater. Ich bete speziell für dich, dass dein Herz geheilt wird. Jetzt. In Jesus mächtigem Namen. Krass, ich bin auf einmal cis geworden. Ist doch hier auch passiert. Muss ich jetzt. Frauen, ne. Keine Ahnung, was tun cis Männer außer Sexistisch sein. Ich weiß es nicht. Das hat nicht funktioniert. Lust auf den Stand, ich habe ein paar lustige Schenkelklopferauflage. Keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Ich habe es versucht. Und ich will jetzt auch noch für dich beten, wenn du mit Homosexualität struggelst oder mit irgendeinem anderen unreinen Geist struggelst, dann will ich jetzt für dich beten und ich bete in Jesus. Ich bin cis Mann geworden. Jesus mächtigen Namen. Das ist angenehmer. Ich will doch nicht eine cis Frau werden. Das ist ja immer noch Sexismus. Dann erfährst du immer noch Sexismus. Würde ich schon lieber, also wenn ich das jetzt aussuchen kann und der mich heilt, dann, come on. Jetzt hält man die Küche als unreiner Geist. Schick ein Foto. Schick lieber kein Foto. Jeder unreine Geist, der meine Stimme hört, ich befehle dir in Jesus' Namen, fahre jetzt aus in Jesus' Namen. Ich komme gegen Panik in Jesus' Namen. Dann kommst du raus. Ich komme gegen Depression in Jesus' Namen. Ich glaube, ich spüre es. Meine Depressionen sind weg. Ich komme gegen jeden unreinen Geist der Homosexualität. Und ich befehle in Jesus' Namen, fahre jetzt aus in Jesus' mächtigen Namen. Raus in Jesus' Namen. Oh mein Gott, ja. Niemand von euch fängt gerade jetzt an zu husten. Das Ding ist durch. Es tut mir leid. Ich kann das nicht mehr ernst meinen. Puh. Ich glaube, ich habe auch keine PTBS mehr. Ich glaube, das Ding ist weg, oder? Guck mal. Warum hat die das nicht? Warum hat jemand darüber das nicht gesagt? Das ist doch eigentlich so viel einfacher. Irgendwas kommt hoch. Widersteht ihr nicht. Raus in Jesus' Namen. Jeder unreine Geist, vollständige Befreiung. Jetzt in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Okay. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Vollständige Freiheit. Vollständige Freiheit. Und Vater, ich bete in Jesus' mächtigen Namen, dass du sie jetzt füllst mit deinem Heiligen Geist. Komm mit deiner Liebe. Komm mit deinem Heiligen Geist. Jetzt füll die Person, Vater. Füll die Person, Vater. Ich komme auch gegen jede Depression in Jesus' mächtigen Namen. Dass jede Depression gehen muss, Vater. Und die Liebe Gottes jetzt über die Person wäscht wie eine Decke, wie eine Welle. In Jesus' mächtigen Namen. Amen. Ansonsten, das hier ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ein paar Sachen geklärt. Ich will euch ansonsten noch sagen, ich glaube, einige von euch wurden berührt durch die Kraft Gottes. In Jesus' Namen bin ich rausgegangen. Abonniert, liked diesen Channel für den Algorithmus. In Jesus' mächtigen Namen. Amen. Oh, ich habe es nicht mitbekommen. Was hat er denn am Ende gesagt? Drei Stunden später. Wie eine Decke. Wie eine Decke. Denkst du jetzt mal an, wir gehen die Schmitte auf. Hallo. Jesus' mächtigen Namen. Ja? Ansonsten, das hier ist das Ende des Videos. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ein paar Sachen geklärt. Geht so. Ich will euch ansonsten noch sagen, ich glaube, einige von euch wurden berührt durch die Kraft Gottes. Tschüssi. Schreibt in die Kommentare, was Jesus gemacht hat. Halleluja. Abonniert, liked diesen Channel. Ich glaube, er hat mich gefüllt. Eine Ewigkeit später. Ich glaube, wenn ich da jetzt was sagen könnte, dann doch. Für den Algorithmus in Jesus' mächtigen Namen. Amen. Amen. So. Nee, war gut. Also, ich fühle mich jetzt schon viel besser. Äh, und Lemango noch vielen, vielen Dank für den Sub-Support. Vielen, vielen Dank. Und Lars, dir vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Ach, du selbst am Ende, ja. Du hast es selbst nicht glauben können. So eine scheiß App. Gute App. Das war ein rundes Ding. War auch. Also, war doch. Und jetzt am Ende wurde ich doch schon ein bisschen gefüllt.